Du weißt, dass du direkt in ihre Falle hineinläufst. Ich muss nochmal darüber. Sie sind meine Eltern. Dann fordere sie heraus. Sie spielt wahrscheinlich nicht fair, aber sie wird nicht ablehnen. Sie hat eine Schwäche für Spiele. Hm. Okay. Caroline! Mom? Caroline, du kommst unsretwegen zurück. Mom! Schätzchen, wieso bist du denn vor mir weggelaufen? Ah! Ich will wissen, wo meine Eltern sind. Ich hab keine Ahnung, wo deine alten Eltern stecken könnten. Vielleicht hatten sie dich satt und sind nach Frankreich abgehauen. Sie hatten mich nicht satt. Du hast sie gestohlen! Jetzt sei nicht so ungezogen, Caroline. Setz dich einfach hin in Ordnung. Ah! 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 Wieso hast du nicht deinen eigenen Schlüssel? Es gibt nur einen Schlüssel. Die Gartenpflanzen brauchen Pflege. Meinst du nicht auch mein Kürbisköpfchen? Süße Sahne. Kürbis-Sauce. Mom! Dad! Wo hat sie euch versteckt? Zeit fürs Frühstück!